Unbedingt zu Hause bleiben. Weiterhin sind alle Österreicherinnen und Österreicher dazu aufgefordert, das Haus nur dann zu verlassen, wenn es absolut notwendig ist. Nur bei einer strengen Einhaltung der Maßnahmen ist es möglich, die Corona-Infektionskurve zu verflachen. Damit retten wir gemeinsam Leben. Einen Corona-Newsflash gibt es auf www.ktn.gv.at. Sie haben Fragen zum Coronavirus? Das Land Kärnten bietet unter der Nummer 050 536 53 003 Auskunft an. Wenn Sie allgemeine Fragen zu Behörden wegen haben, rufen Sie bitte die Nummer 050 536 22 132 an. Auch die Informationsvermittlung der Landesregierung gegenüber den Medien hat sich geändert. Die Pressekonferenzen werden künftig live ins Internet übertragen. Medienvertreter müssen damit nicht mehr direkt vor Ort sein. Durch technische Lösungen können Sie Ihre Fragen weiterhin stellen. Alle Interessierten können sich die Pressekonferenzen auch auf kärnten.tv und auf Facebook ansehen. In ständigem Austausch mit den anderen Landeshauptleuten und dem Bundeskanzler befindet sich derzeit Landeshauptmann Peter Kaiser. In regelmäßigen Videokonferenzen wird die aktuelle Lage analysiert und bewertet.